mein lieben freunde herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge hier konan excise eine frage könnte mein zeug mitbringen ich gehe noch mal zurück schaue ich bin ich nehmen kann die werkzeuge die kleidung der ganze fasching dass man seine sache mitnehmen können was meine sachen ich habe dich verstanden ich verstehe warum es nicht mit seine sachen hat er gesagt dasselbe wie ich hat er gesagt ich komme aber ich werde auch sterben wenn ich da wieder reingehe wo genau bist du gestorben mani wenn du reingehst bei der bei der picken da so ein bisschen gegenüber also schon ich bin ins wasser gehüpft und auf der anderen seite wieder raus also wenn jetzt wo günter gesagt hat sieht aus wie meine mama daher wieder ins wasser und wieder zurück auf dem torbogen oben drauf oder noch weiter zurück also da wo günter unten drunter durch geschwommen ist da wo wir oben drüber sind und da oben bist du ok weil da weiß ich nicht nirgends so jetzt habe ich schledernd schuhe da muss ja auch schon überlegen ich schau mal ins wasser vielleicht ist runtergerollt ich muss hier raus ich sterbe ok jetzt muss ich auch raus jetzt steht bei mir auch extrem hart sind seine leiche nicht ich auch nicht aber jetzt muss ich auch schnell raus sonst bin ich weg sind das die kristalle oder was sind das die kristalle und ein durchstehenden warte wenn jeder wo treibst du eigentlich rum ich bin mir hier leder anbauen an sie sache kannst du vermisch gleich mal mitmachen wahrscheinlich ja da bringt mal felle mit na leder müsste aber noch einiges da gewesen sein nein wir brauchen ja felle leder habe ich jetzt verarbeitet um zu reparieren und jetzt müssen wir brauchen felle ohne ende ja wo bist du gestorben du standst grad neben mir ich bin grad aus der höhle raus aber ich ja und dann weiter geradeaus dann liege ich da ach ich hol mal so selbst du ein kack das ist doch blöd ey ohne mist bei mir steht noch immer extreme haut dort ich lege mal die kristalle ab mal schauen ob das wirklich mit dem zu tun hat blick deine sachen gleich mit ab deine einzigen sachen da bist du holmes und wird es besser? glaube es wird zumindest nicht schlechter das ist schon mal aber ne mach es wieder ja guck mal ob ich meine sachen wieder finde soll ich warten oder soll ich zurück zu base gehen? ganz kurz warten wenn das geht ok 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 jetzt steigt das tüter ich muss in den schatten gehen naja ich habe nur noch die kristalle weggelegt sonst bin doch hier gestorben sonst bin doch hier gestorben ich habe gesagt ich habe deine leiche links gesehen ich habe gesagt ich habe deine leiche links gesehen so doch mal das muss doch hier auch schon rumdischen ne ne doch wahrnicht das ist schlimm sowas du da stehst du'm kotzen ey äh meine leiche liegt hier auch nicht mehr warte ich bin Hier liegt sie Es dürfte die Gegend hier sein jetzt, ich habe keine Kristalle bei mir und ich bin gleich tot Durch jetzt schluck Hier stehen ganz viele und beten hier die Tante an Ja Ich versuche mich Richtung Basis zu bewegen Auch noch wie vom Acker Leute Der wird hier gestorben Meine Leiche verdampft oder was? Sag mal, kann ich dich eine Fackel bauen? Meine Leiche ist weg Ganz toll, meine ganzen Sachen sind weg Onkel Hitcher, hast du noch genug Leder? Onkel Beneder Definitiv nicht, wir brauchen Leder Wir brauchen sowieso Leder Mach dir keine Sorgen Manni Das waren eh nur Lumpen Es waren keine Lumpen Mann Es dürfte wirklich die Gegend sein, jetzt bin ich weiter weg Ab die Kristalle bei mir und ich kühle ab Er klag auch nicht an die Kristalle du Ich hab jetzt sicher Ich hab jetzt sicher Du aber gerade auch nicht Also nicht überhitzen Bist auch nackt, ne? Kann vielleicht sein, dass unsere Lederanzüge Da nochmal ein bisschen was zugetan haben Das kann aus Ja So ein Kack ey Wenn die Leiche weg ist, das verstehe ich überhaupt nicht Ich hab ein tolles gebaut Das stellen wir mal hier hin Hast du den gebaut? Ja Das ist toll So Ich glaub der Schrank hier gebaut Kann das sein? Nee Bringt ja nichts Ah Kraft, machen wir den neu du Ich hab ein Horn gebaut Ein Blashorn Blashorn? Ja Blashorn Bisschen mit dem Blashorn Oh weh Diese Übersicht leise Der Junge ist einfach Zu lange alleine gewesen Definitiv Das ist das Warnungshorn Mittagessen Wo ist das denn? Soll ich hier hinten am Strand ey Ja ja Okay das sind doch die Kristalle gewesen Ja das sind die radioaktiv äh Ja weil ich war jetzt kurz wieder vom Hitchlock Jetzt hab ich die in die Kiste gelegt und ich kühle automatisch ab Ja Okay Kristalle sind extrem heiß Welche Kiste hast du die gelegt? Bei den Schmelzöfen Ah ja das ist eine gute Idee Was kannst du damit machen? Och Flaschen Ach so Gleich bleich eckend werden Ich bin very hot Könnt ihr mir schon mal zumindest Eisen gedötzt wieder machen? Doch Jetzt haben wir Kristalle Ich hab da Weist wenn wir die Rohstäpfchen haben W więc immer ein Schild machen Scheiße Das ist doch kacke Mann mein ganzes Zeug ist wieder weg So schnell jetzt a machen voll mache ich auch zu weinen müssen wir sowieso irgendwas machen ich muss mal hier ein bisschen dings kriegen ein bisschen erfahrung musste die vielleicht mal selbst waffen bauen dazu bräuchte ich erfahrung ja habe ich das ganze haus gebaut junge oder bau keine ahnung kannst du sonst nichts als ausbauen ich kann dann kann die einfachen werkzeuge seiten in deinem altar kannst in deinem altar nichts bauen den du gebaut hast du bin ich ja wenn du das doch weg oder ja muss mal gucken wurde oh mein schönes kaputt mir wird schon wieder zu heiß geht doch mal weg jetzt kann ich bitte mal in Ruhe haben nein wo ist mein scheiß altar ist das ja mein altar ich will doch nicht schreien wenn ist noch mitra schreien mitra ist meiner ist ja in ordnung was ist denn das hier ein hornchen du kriegst da mehr leder mitraus wenn du mit der Acht drauf baust ist ja wohl klar mittauch ja warte mal das bin leder schreien ich muss wieder 9 bauen dann baue ich mir jetzt ein schreien und dann aber schön dass alles alle ist das doch kacke gar nichts mehr da kein holz nix junge ich hab meine sachen nicht mehr wie oft noch steine machen ja genau aber wie wäre es wenn wir einfach aus dem eis was wir herstellen mal einfach was neues machen wäre zumindestens nett haben aber nix da ist neben der kiste ist eisen tonnenweiße ich kann mir das selber machen ja warte mal ein schwert ist drinnen da ist links die kiste das leder und eisen drin genau du bist so ein unkumpel das ist so junge und eisen nein das ist egal so warte mal ein schwertchen haben wir schon mal hier der holmes ist nett wert aber ich hab doch jetzt leder ab hab doch ach so was muss ich reinlegen leder einmal 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 ist denn der gerberei läuft die noch ne ich brauche ein tier heute haben wir wirklich gar keine mehr ja ich sammle gerade was tust du die zirchen dass du mehr rauskriegst mit dem schwert mit dem schwert kriegst du das weiß draus? ja. so warte mal du brauchst noch so eine trinkflasche wieder oh oh ist was? mir hilfe ich weiss nicht mehr wo du bist. so keine trinkflasche? sag mal kann ich überhaupt hier irgendwas in diesem verkackten dreck spiel? ey was ist denn das für eine scheiße? das ist ja nervenschub g'sehen ey da und abs 300 steine da hab ich ein glück ey so da ist doch ein schöner felsen so ja gut und 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 zack 300 so jetzt brauchen wir noch holz warte mal für ein altar wahren für ein zwirn für ein zwirn brauchst du ja hier die fasern ne? so sammeln wir uns noch ein paar fasern hat man dafür noch was? wisst du auch grad nicht gell? naja ich sammle aber auch wenn dann in der kiste pflanzen so pflanzenforsern einfach sammeln hier aber es kann sein dass wir uns in der höhle vergiftet haben mir ist dauernd extrem heiß da haben wir auch mir ist alles gut also was heißt extrem heiß? so ein bisschen über ein viertel bin ich na bei mir geht es immer extrem hot und dann steht schon cool okay jetzt nimm doch einfach mal so ein gegengipft hab ich schon hast du noch kristalle bei dir? nein hab ich alle abgelegt okay dann verstehe ich es grad nicht so jetzt müssen wir mal gucken zworn 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 eine zweie jetzt ein paar Verdannung damal ist die bei so so hat jemand eins worden ich kann zwei bauen eins bitte mal machen ja wo bist du ne der beneder macht schon okay so hier boden kann mir jemand ein schwert und ein schild machen da kannst du ja ganz glaub ich machen mal hinten ob das vielleicht sogar selber kannst aber ich habe nämlich auch nicht gewusst dass ich selber könnte guterweise so warte mal was könnte man hier noch mal ein brez ist ja da musst du da mal raus gehen sonst kann ich nicht machen so jetzt muss ich aber mal ganz genau überlegen was für rezeptchen ich lerne was macht denn Sinn? hast du dir das jetzt gebaut oder nicht? das problem ist du musst doch die ich mag das schwert ist in arbeit und ich habe das schild in arbeit dankeschön aber weiß jemand wie das jetzt mit den glasflaschen funktioniert weil wenn ich kristall nähe und die gussform da reinkriege bekomme ich nur glas ey beneder sag mal was du ist doch eine glasflaschengussform kann man bauen ja ja aber wie benutze ich die damit da glas reingeht verstehst was ich meine vielleicht musst du die zusammen im ofen legen oder so ich weiß ich weiß du brauchst kristalle damit du glas herstellen kannst und dann glas mit dieser gussform kannst du flaschen herstellen ja okay und wo muss ich denn? glas mal glas mal ja kann es vielleicht sein mach ich erst mal das schwert liegt hier im spielttisch ne ganz herauf danke schön dankeschön so ich könnte jetzt der Manni der ist so nackt so ich guck mal was ich dir anwenden wartet mal ganz kurz so pass auf ich mach dir jetzt mal wo kann man denn die Rüstungsteile bauen hier war das gell lass ich mal kurz ran beneder ich will mal was gucken ne ich bau dir doch grad jetzt die Lederrüstung ich mach dir jetzt die Lederrüstung ne warte mal ich hab grad ne Rüstung gelernt deswegen will ich mal selber gucken ja dann guck ganz kurz warte bleib aber hier ja ja ich kann ja kann jetzt bauen kann jetzt eine mittelschwerne Hörnisch jetzt bauen echt? ja die Bär brauchst du nicht Leder oh oh aber Manni hm Lüde oh da kommt Schlaßflasche ja gut meine lieben Freunde wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder mit der Flasche mit der Flasche Günther hm so äh ich baue ich baue meinen hier schön ans Wasser ja mach der halt mach der halt so ich mach jetzt gleich schön Alchemie Getränke und dann kriegst du nix ab so so und und die Ruhe ich bin unglücklich ja lasst das Däumchen ab wenn es euch gefallen hat schon wieder vorbei wir sind nochmal raus bis dahin Tschüss Tschau Tschüss ach tschüss dann Vielen Dank.